Hallo zusammen, ich bin Cindy Witter. Ich habe eine vierjährige Lehre als Elektroplanerin gemacht und bin jetzt im dritten Lehrjahr als Elektroinstallateurin. Besonders toll finde ich, dass ich alles, was ich in der Theorie gelehrt habe, jetzt auch in der Praxis umsetzen kann. Hallo zusammen, ich bin Lian und bin der Lehrer als Elektroinstallateur. Ich bin seit dem August 2018 bei der CKW und im ersten Lehrjahr. Ich helfe bei Elektroinstallationen, im Neubau, Umbau und auch im Service. Der Unterschied zu anderen Unternehmen ist, dass wir mit sehr vielen Geschäftsstellen in der ganzen Zentralschule vertreten sind und somit sehr kundennähe sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir uns gegenseitig aushelfen können, wenn man die eine Geschäftsstelle mehr Arbeit hat und die andere weniger. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, wir klären jeden Tag etwas dazu. In unserem Team läuft es super, die Arbeiter schauen zu uns und helfen uns. Wir haben alle Jahre mit der Geschäftsstelle eine Ski wickend, die super gut siehst. In der CKW gibt es Weiterbildungs- und Aufsteigsmöglichkeiten, was auch super für meine Zukunft ist. Für den Lehrberuf Elektroinstallateur muss man sehr gut die Mathe sein, man muss ein gutes räumliches und logisches Denken haben. Dazu kommt nachher noch die handwerkliche Fähigkeit. Auch technikbegeisterte Frauen sollen sich den Beruf mal durch den Kopf gehen lassen und sich für eine Schnupperlehr bewerben. Ein Lex-Installateur ist ein super Beruf. Kommt euch mal zu einer Schnupperlehr dabei. Freizeichen Doblern Untertitelung des ZDF, 2020